Musik Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie hier alle ganz herzlich. Zum einen natürlich die Medienvertreter aus Hamburg. Wenn ich zum richtigen Zeitpunkt die richtige Information bringe, dann habe ich einen zufriedenen Kunden. Wir haben uns als ECE die Frage gestellt, was können wir eigentlich tun, um unseren Mietern und unseren Kunden ein ähnlich tolles Erlebnis bieten zu können. Das machen Amazon und Co. schon sehr, sehr gut mit Bildungsmarketing, mit Produktvorschlägen aufgrund allgetätigter Transaktionen. Wir alle sind eigentlich ja als Kunde auch immer wieder begeistert davon, wie gut es funktioniert. Wir haben uns als ECE die Frage gestellt, was können wir eigentlich tun, um unseren Mietern und unseren Kunden ein ähnlich tolles Erlebnis bieten zu können. Musik Hier befindet sich im Untergeschoss unsere Fotobuzzer-Station. Musik Die Reise der Riesen, die neue interaktive Spielfläche hier im AIZ für die Kinder. Was sind Ihre ersten Erfahrungen? Wie erleben Sie die Kinder? Ja, also wir haben jetzt das erste Mal das ausprobiert mit den Kindern und sie haben, wie gesehen, hier richtig Spaß. Das ist für ein Alter ab sechs Jahren ungefähr, damit die Kinder das auch begreifen, was sie machen können. Musik Was ist Ihr erster Eindruck? Was wollten Sie, was haben Sie gesucht? Ich habe einen Shop gesucht, wo ich eine Auflaufform bekommen konnte und das ist ganz schön. Jetzt haben wir geguckt und ich hoffe, dass ich die bei der Galeria Kaufhof bekomme. Das ist mir nicht bekannt, finde ich aber gut und macht Spaß. Ich habe jetzt das neue App hier von dem Alstertal Einkaufszentrum bekommen und möchte mich jetzt auch informieren, was hier für Veranstaltungen stattfinden, etc. Gerade wenn man ein Handy hat, man geht ins Internet, holt sich Informationen raus. So möchte ich das gerne auch hier machen vom Einkaufszentrum. Musik Musik